Lustige Bugs mit dem Mapmaker, so wie dieser hier. Ausserhalb der Map laufen, Brawl Ball, er hat sich da eine eigene Map gebastelt mit Zäunen. Bibi, nun läuft er da nach vorne, schiesst den Ball in diese Zäune rein, genau da in die Ecke, das scheint sehr wichtig. Dann hat er noch ein Wi-Fi-Problem, jetzt läuft er ins Tor und der läuft einfach aussen rum, nimmt sich den Ball und läuft dann auf dem Gras rum. Was ist denn da los? Das ist ja seltsam, aber schiessen kann er nicht, so wie es aussieht, er ist da jetzt gefangen, ausserhalb der Map. Dummer Fehler.